Untertitelung des ZDF, 2020 Wer bist du? Ich bin ein Clown-Auto und ich trete im Zirkus mit einer total lustigen Nummer auf. In mir sind lauter winzige Clown-Trucks aufgestapelt. Sie kommen plötzlich raus und das ganze Publikum jubelt vor Begeisterung. Toll. Und dann führen wir lauter witzige und verrückte Kunststücke vor. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wow. Yippie! Juhu! Hallo! Wo muss ich jetzt langfahren? Oh, tut mir leid. Vereinfacht die Stoßdämpferstraße entlang, bis du zu dem riesigen Reifen kommst. Da musst du nach rechts. Oh, danke! Tschüss! Boomer! Bix! Diego! Ratet mal, was wir jetzt spielen! In unserem Zirkus springen wir durch den Ring, machen ein paar Drehungen und zischen dann über die Rampe. Was haltet ihr davon? Ähm, ich weiß nicht recht. Oh, sei doch nicht immer so ängstlich. Na los, das ist total lustig. Toll! Danke! Vielen Dank! Ich glaube, ich versuch das auch mal. Poliert mir die Stoßstange, denn ich bin ein Star. Das macht Spaß. Ich will das noch 50 Mal machen. Nein, 53. Okay, aber jetzt bin erst mal ich an der Reihe. Yippie! Super! Und jetzt du, Boomer! Das sieht wirklich lustig aus. Aus der Bahn, Freunde! Das war einsame Spitze, Boomer. Eine totale Bruchlandung. Okay, versuch's noch einmal. Und, willst du's noch mal versuchen? Äh, nein, ich... Ich seh euch lieber zu. Und, ich arbeiten. Oh? Ja, danke. Vielen Dank.